Ach, ne Sprungpflanze ist es wahrscheinlich. Was ist das? Achso. Aha. Nö, keine Ahnung. Ah. Brauch mir Steine. Schau mal schneller Respawn. Hey. Hä? Lololol. Trollolol. Trollolol. Der Sam, der macht alles. Echt. Der ist gerade die Allzweck-Killermaschine. In diesem Spiel. Wui. Wo geht der jetzt hin? Baut er hier irgendwas? Ein Feuer? Wieso macht der hier denn ein Feuer? Ach, das macht den Weg frei. Nicht schlecht. Intelligentes Kerlchen. Muss man schon sagen. So. Gehen wir mal hier lang. Hier sind Lianen. Ah. Zwei Leute müssen sich dranhängen. Das ist nice. Bauen wir hier. Ah. Hier ist es auch noch. Das ist echt. Das Spielprinzip finde ich sehr geil. Hier übrigens. Von diesem Lego-Dings. Hier dieses. Das Sammeln packt mich sogar ein bisschen. Ich bin ja sonst nicht so der Sammel-Fan. Ups. Da darf man wohl nicht runterfallen. Brauche ich hier irgendwas? Wieder ein Feuer. Hallo Sam. Mein Handy vibriert. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, was der geschrieben hat. Aber egal. Schulan war es. Nein! Oh mein Gott. Richtig viel verloren. Richtig viele Punkte verloren. Scheiße ey. Blöd. Das ist wohl eine Sprungpflanze. Ne. Wieder Punkte verloren. 2000. Ich habe jetzt insgesamt schon irgendwie 5000 verloren. Uncool. Das werde ich wohl in diesem Spiel nicht mehr. Da ist was. Woher komme ich denn da hin? Hä? Wo kommt man denn da rüber? Ich will da rüber. Ich will da rüber. Hä? Hä? Irgendwie muss ich das Gerümpel hier kaputt machen. Das interessiert mich gerade. Ich will da rüber. Darf ich rüber? Kann man doch eigentlich rüber. Kann man doch eigentlich rüber oder nicht? Ja, geil, ey. Fick dich doch. Dann nicht. Oh, Darth Vader. Hi. Frodo, ich bin dein Vater. Zurück, ihr Teufel! Jo. Der berühmte Bratpfannenkampfstil wurde... ...gekontert. Jupp. Und schon ist er in einer Paralleldimension. Was? 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 Was geht hier denn jetzt ab? Okay, da sieht man, dass es... ...das sind die Menschenkönige übrigens. Hä? Guck mir das hier. Die Nazgul waren ja mal Menschenkönige. Habe ich mal so gehört. Was geht denn da ab? Was? Oh, ich brauche mehr Leuchtfeuerchen hier. Da kann ich auch nichts anpflanzen. Was muss ich denn hier machen? Hä? Charaktere kann ich auch nicht wechseln. Was muss ich tun? Jetzt leuchtet das hier irgendwie. Ich habe aber gar keine Items. Und hier kann ich auch nichts anbauen. Ich bin ja nicht Sam. Und da hier kann ich auch nichts machen. Muss ich die jetzt verprügeln, oder wie? Ja, super. So, lass mich mal in Ruhe. Ich will wissen, wie... Ah, da. Schon haben wir das zweite Leuchtfeuer hier. Man muss nur genauer hinschauen. Ach. So, da sind ganz viele blaue Steinchen. Die sind richtig viel wert. Ah! Muss denn noch hier so ein Ding... Ich sehe es nicht. Oh. Oh, shit. Wo ist denn hier noch so ein Ding zum aufbauen? Aber was muss ich denn hier denn machen? Damit kann ich die nicht hauen. Oh mein Gott! Es sind zu viele. Es ist hier auch so dunkel. Ich erkenne gar nichts. Was muss ich hier machen? Dann... Häää? Hää... Häää? Häää? Oder muss ich den einfach fernhalten hier? Ich glaub, ich muss den einfach fernhalten. Ich glaub, ich muss die echt einfach nur fernhalten. Damit Sam die Dings tut. Damit Sam hier Druck macht. Ich fass es nicht. Sam! Wo ist der? Hier ist ja noch eins. Wo kam das denn her? Das war vorher nicht. Da wurde eins kaputt gemacht und ich hab's nachgebaut jetzt. Ja. So langsam wird's schwierig hier. Weil ich nicht genau weiß, was ich mache. Ah, die machen das kaputt. Ja, okay. Und irgendwas ist hier? Muss das schieben? Oder wie? Hallo? Ah! Cool! Ah, interessant! Sehr interessant! Okay, dann muss hier auch irgendwas sein. Speichern und fortfahren. So, jetzt muss ich hier... Feuer anzünden. Feuer anzünden. Weeeeee! Das erste läuft Feuer. Jetzt kann ich's endlich, ey. Na gut. Das mit der Statue, da bin ich nicht drauf gekommen, irgendwie. Erstmal. Das tut mir leid. Aber es sind meistens so kleine Dinge. Ich wüsste wegen, wann man nicht weiterkommt. So. Schauen wir uns mal hier weiter um. Hier ist irgendwas. Ah, das muss man kaputt hauen! Oh mein Gott! Alter! Und noch das letzte. Was macht dieses Ding da? Keine Ahnung. Ja und wo? Ach so, ah. Jo, das ist wohl das letzte Läuftfeuer. Ihr schafft... Ihr schafft. Ach. Fick dich! Fick dich! Jetzt zündet es einfach an. Das letzte, das fünfte Feuer ist an und wir haben es geschafft. wir hatten feuerlöscher wir stechen ihn ab mit der krassen klingel da hat er ein schwert in der brust stecken aber aragorn rettet ihn was ist das ach so ist auch eine facke ich muss hier feuer entzünden was muss ich denn hier abwerfen aha ach so jetzt muss ich zum feuerin das kann ich den herren auch erledigen so nun irgendwas ist jedoch schon wieder wo zeigt denn der pfeil hin wieso kann ich da so jetzt so ich soll mal aufhören so rumzukreischen geht mir langsam auf den sack so da ist eine statue ja jo so so langsam werden es aber weniger nein also ja jetzt brauche ich noch eine letzte statue irgendwas ist da doch mit was muss ich jetzt hier machen irgendwas muss ich jedoch machen oder nicht ne der weiß auch nicht wie man das aufmacht irgendwas ist hier mit hier kannst du was machen ja 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 Ja, ich weiß nicht so recht, was ich hier so machen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen helflos. Ich weiß nicht, was ich hier mit machen soll. Soll ich es schieben? Das kann es ja auch nicht sein. Hier hinten ist, äh, sonst auch nichts. Die Netzen vielleicht ins Feuer reinschmeißen. Komm mal her. Hier. Komm mal näher. Ups. Fuck. Kann es ja auch nicht sein, dass man den da reinkicken muss. Ich soll mal aufhören rumzustöhnen. Ich will endlich wissen, was... ...was ich hier machen soll. Oh mein Gott, der hat ja eine. Ja, fick dich. Ja, dann darf er den Letzten hier vermöbeln. Der hatte einfach eine Fackel im Inventor. Super, ey. Dazu reicht meine Heilkunst nicht aus. Er braucht elbische Arznei. Habt ihr das gehört? Wir werden Elben sehen. Streicher! Jo, das war die Wetterspitze. Ähm, und dann reicht's aber jetzt aber auch erstmal. Ja. Ich hab fast zwei Stunden aufgenommen am Stück. Das reicht auf jeden Fall erstmal. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Nicht ganz 100% schade. Aber es ist im Prinzip auch egal. Und sonst, ähm, ja, wir sehen uns in den nächsten Parts. Lego Herr der Ringe, ja, auf jeden Fall. Mega geiles Spiel. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.